Hallo Deutsch Lernende! Dies ist Karlsruhe. Karlsruhe ist eine sehr schöne und grüne Stadt in Baden-Württemberg. Wir fliegen gerade über das Karlsruher Schloss. Früher war es die Residenz der Markgrafen und Großherzöge, also den Herrschern von Baden. Heutzutage wird das Schloss unter anderem als Museum genutzt. In Karlsruhe wird Erdöl raffiniert. Westlich von Karlsruhe fließt der Rhein. Der Rhein fließt durch neun Staaten und durch ganz Deutschland. Somit ist er eine der wichtigsten Wasserstraßen. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.